Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier bei eurem Tele-Stammtisch, dem Audio-Podcast für Filmkritiken, Serienkritiken und gute Laune. Wir machen eine Menge Zeug und unter anderem sprechen wir eben auch über Filme. Wir sprechen daher in dieser Woche über Kinostarts und Heimkinostarts. Das ist in dem Fall zum einen The Outpost, irgendein Kriegsfilm, den wir einmal in der Sneak gesehen haben und ich glaube einmal gab es auch einen Pressescreener. Das sind in dem Fall Sven und Marco gewesen, die für euch einen Doppel aufgezeichnet haben. Es folgt ein Solo zum Film Binti. Binti hat sich Paul vorgenommen, nicht nur, dass wir hier den Pressescreener hatten. Er hat außerdem den Film vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr oder was, sogar ein ganzes Jahr auf irgendeinem Filmfestival gesehen. Darauf wird er bestimmt ein bisschen in seiner Besprechung eingehen. Es folgt ein weiteres Doppel-Zoom-Film Mysterious Skin und das ist ja jetzt etwas Älteres, das man eben vielleicht kennen könnte. Hier gibt es eine Neuauflage in einem riesengroßen, wunderschönen, total gut aufgemachten Media Book. Ein Film, den sich in dem Fall Sven und René für euch eben genau vorgenommen haben. Der liebe René hat hier die Disc bekommen von mir, von uns viel eher, beziehungsweise von der Agentur und für euch eben mit dem Sven drüber gesprochen. Ich glaube, er ist sehr, sehr angetan. Der Film ist nicht ohne Grund ab 18 freigegeben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich tierisch auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Wenn ihr noch Zeit findet, könnt ihr uns gerne noch bewerten, auf zum Beispiel Apple Podcast, Facebook, Google, Podcast.de, auf Fütt und hast du nicht gesehen, überall da gibt es Möglichkeiten, Podcasts zu bewerten. Ihr könnt uns in Social Media Plattformen teilen und andere darauf hinweisen, dass wir eben Filme besprechen. Das wäre voll toll. Außerdem gibt es in den Shownotes noch sogenannte Affiliate-Links, die könnt ihr anklicken, um die hier besprochenen Filme zu kaufen. Das kostet euch keinen Cent mehr und wir kriegen über Amazon, über die dieses Programm hier eben läuft, dann doch ein paar Cent ab. Das hat in der Summe noch nicht viel gebracht, aber vielleicht ist irgendwann der Moment, wo tatsächlich mal jemand was kauft und wir tatsächlich ein paar Cent abbekommen. Leute, es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschau. Ein herzliches Willkommen an euch da draußen, hier zum Tele-Stammtisch. Heute zu Gast ist der Marco. Hallo. Und der Sven, hallo. Wir sprechen heute über The Outpost, ein Film von 2019. Regie war Rod Lurie. Der hat auch das Remake zu Straw Dogs gemacht. Der Film geht 123 Minuten. In der Besetzung hätten wir einmal Scott Eastwood, Orlando Bloom und Milo Gibson. Der Film erschien am 3.7.2020 als VOD in den USA, hatte dort auch einige Kinos besucht, aber wurde sonst nur aufgrund Corona halt über Stream verbreitet. Gut, dann Marco, um was geht es in Outpost? Genau, in The Outpost geht es um eine wahre Geschichte, in der 53 US-Soldaten und zwei lettische Militärberater sozusagen einen Außenstützpunkt schließen wollten. Dieser Außenposten war sehr blöd gelegen, würde ich mal behaupten, in einem Tal umgeben von drei sehr steilen Bergen, sodass dieser Außenposten immer wieder Angriff der Taliban waren. Also genau, wir befinden uns halt im Afghanistan-Krieg im Jahr 2009 und dieser Außenposten soll aufgelöst werden. Und daraufhin greifen auf einmal 400 feindliche, aufständische Taliban-Militärs an. Und unsere US-Soldaten sind in einer ziemlich auszwecklosen Lage, würde ich mal behaupten. Ja, das stimmt. Ja gut, die Schlacht ging ja auch als eine der blutigsten im Jahre 2009. Und dieser Bravo-Troop 3 KEF wurde auch zur höchst dekorierten Einheit des Krieges. Das habe ich heute alles noch ein bisschen recherchiert. Wir hätten dann auch noch laut US-Angaben acht Tote auf der US-Seite und 27 Verwundete sowie ungefähr 150 tote Gegner. Aber das ist alles nur Angaben vom US-Militär. Das wurde jetzt auch nicht mehr groß überprüft, sondern einfach so hingenommen. Ja gut, das findet ja alles unter dem Decknamen Operation Enduring Freedom statt. Und das soll ja den Zugang eigentlich zu diesen Versorgungsleitungen verweigern. Ja gut, kommen wir erstmal zum Schauspiel. Ja, ich bin nicht der größte Fan von Scott Eastwood, muss ich dazu sagen. Sein Vater war mir da doch deutlich wohlgesonnener. Aber ich muss sagen, hier hat er für mich tatsächlich mal ein Schauspiel gezeigt, was er sonst eher nicht so hat. Dann der Caleb Laundrie-Jones, den wir kennen, glaube ich, wo hat er vorher mitgespielt? Unter anderem Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Den fand ich richtig stark. Also gerade zum Ende war der Bombe. Dann, ja, Milo Gibson ging so ein bisschen unter, fand ich. Und Orlando Bloom, ja, macht das halt souverän wie immer. Also ich gucke mir den gerne an. Ja, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir war es eher umgekehrt. Ich fand Scott Eastwood, ich kann mit dem, also bisher hat er für mich noch nicht irgendwo geglänzt, wo ich sage, wow, das war auch da so, was er abliefert, ist souverän, aber auch nicht mehr. Ja, aber mir hat in dem Fall Orlando Bloom wirklich gut gefallen als rechtschaffender und harter Sergeant sozusagen. Was heißt hart? Naja, aber es war ohne dieses sein bübisches Grinsen und ja, den Sonnyboy, den er als gerne mal auch präsentiert. Das war da nett und das hat mir wirklich gut gefallen. Milo Gibson, ja, fand ich, war auch souverän. Also es gab jetzt nichts, wo ich gedacht habe, naja, das stört mich jetzt oder die spielen irgendwie Overacting oder das war alles wirklich souverän, was sie da abgeleistet haben. Von der Machart hatte das zugesagt, auch so von der Kamera, weil die ja gerne während den Gesprächen ruhig ist und wenn es dann wirklich losgeht, dann auch eher in so eine Art Steadicam verfällt. Ja, mir hat die Kamera ganz gut gefallen. Diese ruhigen Momente, die fand ich dann tatsächlich eher störend, gerade zum Ende hin, sag ich mal, wo es sowieso eigentlich recht hektisch war und dann, sag ich mal, war so ein bisschen so taktisches Forcieren und da war es dann relativ ruhig. Also, ne, auch, sag ich mal jetzt, Scott Eastwood hat sich da mit dem Käpt'n zum Beispiel unterhalten, wie sie jetzt vorgehen, keine Ahnung was und da war, also, war halt eine unglaubliche Ruhe drin, auch durch die Kamera halt einfach. Das hat mich so ein bisschen gestört. Da fand ich so diese hektischen Sachen schon deutlich authentischer und haben mir, haben mir wirklich gut gefallen, weil die halt auch sehr nah an den Charakteren halt dran war, immer die Kamera. Hat schöne Einstellungen gefunden, ob jetzt mal direkt aufs Gesicht drauf, dann von der Seite, mal von hinten, also sehr variabel auch gewesen so und ja, genau, das hat mir eigentlich, die Kamera hat mir wirklich ganz gut gefallen, ja. Ja, ich bin eigentlich, also ich bin auch kein Freund von diesem Rumgeruckel, wenn man da nichts mehr sieht, aber sie haben es wirklich sehr gut gelöst, dass du trotzdem den Überblick behältst, auch wenn die Kamera halt wirklich hin und her huscht. Das fand ich auch gut und sie haben auch teilweise, also sie haben auch wirklich schöne Bilder abgeliefert. Konntest du mitfiebern mit den Charakteren und ihrer Lage oder hatte ich das eher, also, nein, in Anführungsstrichen kalt gelassen? Ja, da habe ich mir auch Gedanken zu gemacht und tatsächlich hat mich, hatte ich nicht wirklich ein Mitgefühl oder Mitleid so, also ich habe nicht, ich konnte nicht so richtig mitfühlen mit den Charakteren. Und das liegt, glaube ich, einfach da dran, gerade zum Anfang war, die erste Hälfte des Films war relativ ruhig, also wir haben so dieses klassische Militärding halt so, hier ein Scherz, da, da wird einer aufgezogen und, aber für mich waren das dann auf einmal auch viel zu viele Charaktere. Ich konnte die teilweise dann auch gar nicht so großartig auseinanderhalten, außer unsere Hauptcharaktere und so konnte ich gar nicht großartig irgendwie eine Beziehung zu diesen Leuten aufbauen und ich habe auch nicht, also höchstens bei dem Caleb Laundrie-Jones, bei dem konnte ich irgendwie eine Charakterentwicklung halt wahrnehmen, bei den anderen halt nicht. Das ist so mein größter Kritikpunkt, sodass ich tatsächlich nicht wirklich mitfühlen konnte mit den Leuten, sozusagen. Ja, aber gut, dass du das sagst, weil genau das Gleiche habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Also ich fand den langsamen Beginn mit der Einführung der Charaktere, hat mir sehr gut gefallen und ich finde gerade bei so Filmen ist das für mich persönlich wichtig, dass ich da eine Beziehung aufbaue, weil wenn es mir egal ist, dann wird es ein bisschen, also wird es für mich dann schon eher kritisch, ein Film dann halt auch irgendwo einzuordnen, also was heißt einzuordnen, aber ich muss da halt mitfühlen. Ja, wenn ich da nicht mitfiebern kann, dann, ja, dann wird es langweilig. Aber es ist genau das, wie du schon sagst, es sind zu viele Charaktere. Sie blenden am Anfang auch schön immer die Namen ein, aber das bringt ja nichts, weil wenn es hektisch wird und dann fällt dir nimmer ein, wer jetzt ungefähr wer war, dann sind einfach nur noch die typischen Gesichter, die man halt kennt. Präsent. Das ist auch so, auch der Kritikpunkt, wo ich wirklich auch so ein bisschen zu knabbern gehabt habe, dachte ich, ach Gott, ihr hättet euch besser so auf, was weiß ich, drei, vier Charaktere fokussiert, dann wäre das Ganze noch ein Stück besser gewesen. Ja, sehe ich genauso. Wie sieht es bei dir aus? Fandest du, dass viel Patriotismus vertreten war? Weil ich meine, ein Kriegsfilm aus den USA ist ja meistens gerne mal ein bisschen gespickt. Ja, habe ich ja auch explizit darauf geachtet. Ich meine, klar, der hat Pathos, ist halt Krieg und so, aber ich fand, der hat keinen übermäßigen Patriotismus gehabt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich da halt eine USA-Flagge großartig mal im Bild hatte. Ich meine, in der Diskussion, wenn jetzt Orlando Bloom mit den, sag ich mal, mit den Afghanen da, sag ich mal, diskutiert, sagt er halt, ja, wir sind halt US-amerikanisches Militär. Also er, aber das ist halt aus der Diskussion heraus, er macht sein, vertritt halt seinen Standpunkt, so. Aber dieses USA, USA war hier, fand ich jetzt persönlich, fand ich gar nicht. Nein. Nö, ich meine, bei den Taliban, sag ich jetzt schon, bei den Afghanen sagt er ja eigentlich nur USA, weil sie halt denken, er ist ein Russe. Ja, genau, ja stimmt. Weil die ja vorher doch waren. Und nee, er ist wirklich, ja, man kann schon fast sagen, Patriotismusfrei. Ja. Also es gab auch keine Einstellung irgendwie mit Sonnenuntergang und amerikanischer Flagge oder dass sie davor posieren oder sonst irgendwas. Was ich meine, dass die da hängen in den, in den Unterkünften, das ist ja normal. Genau. Das hast du ja überall. Aber da war wirklich erstaunlicherweise fast, fast nichts. Also es hat mich echt gewundert. Genau, fand ich auch sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, weil diesen, diesen übermäßigen Patriotismus, den finde ich halt nicht geil. Und von daher war das mal sehr erfrischend, dass das mal nicht da war, halt einfach, ne? Ja, also ich muss sagen, mich, mich stört's nicht, weil's meistens immer so, so gut inszeniert ist. Und das können, das können sie wirklich, das ist einfach was, das haben sie echt drauf. Andere Leute stört's, ich find das nicht schlimm. Also, außer es ist jetzt übermäßig. Also, wenn wirklich jedes zweite Wort U-S-A, U-S-A ist, dann geht's gar nicht ganz klar. Ja, ja, genau. Nee, nee. Sonst, finde ich, wenn das schön inszeniert ist, finde ich auch, das passt auch meistens dann dazu. Aber gut, das ist ja immer eine Geschmackssache. Sonst, ja, was ist dir noch irgendwas aufgefallen, was du noch anmerken willst? Ich fand, äh, sag ich mal, diese, diese Schlusskampfgeschichte am Ende, fand ich wirklich gut inszeniert. Also, auch, auch anders als andere, ich sag jetzt mal wirklich auch Antikriegsfilme, weil das war auch für mich jetzt ein Antikriegsfilm, weil er hat halt das wirklich nicht verherrlicht oder so. Er hat wirklich gezeigt, wie grausam Krieg sein kann oder ist. Und gerade, sag ich mal, diese, diese Schlusskampf-Szenen war sehr deutlich dargestellt, ne? Also, sie haben jetzt nicht wirklich diese reinen Schusswechsel gezeigt. Also, natürlich waren auch reine Schusswechsel mit bei. Aber ich fand, sie haben viel einfach gezeigt, wie Leute gefallen sind, verletzt wurden, weil jetzt Munition nachgeholt wurde oder sowas, ne? Oder weil ein, ein Verletzter in, in das Lazarett getragen wurde oder sowas. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es halt so ein bisschen ein anderer Blickwinkel war aus jetzt mal so klassische Antikriegsfilme. So, das hat mir wirklich sehr gut gefallen und, genau. Ja, also, ich find auch durch diese, durch diese kleineren Angriffe, die immer mal stattfinden, wird's auch nicht langweilig, weil 123 Minuten, das spielt ja auch wirklich fast nur in diesem Tal. Da dachte ich noch, naja, komm, aber durch diese kleinen, durch diese kleinen Angriffe, die auch dann die Bedrohung immer so allgegenwärtig machen, so, sie können eigentlich immer angreifen, weil diese Außenposten, also noch eine beschissenere Ausgangsposition kannst du nicht haben. Ja, außenrum eingekesselt von Bergen. Die können dir die Hölle heiß machen und du weißt nicht, was los ist. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und dadurch sind für mich auch keine Längen entstanden, weil ich immer gedacht hab, naja, jetzt bin ich mal gespannt, ja, mh, 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 mh. Wo der Typ duscht und ein Angriff stattfindet und der Typ ist dann nackt. Das war ja auch ganz witzig, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ja. Wäre mal tatsächlich interessant zu wissen, ob das tatsächlich der Fall war, dass das so war. Also das fand ich, ich fand's auch lustig in dem Moment und ich fand's jetzt auch nicht irgendwie fehl, fehl, äh, fehl eingestreut, sodass man jetzt sagt, ach Gott, jetzt wird's ins Lächerliche gezogen, sondern ja, das ist halt, ich mein, also da oben stehen die auch mit, mit, mit dem Eastwood und sich die Sachen angucken und er dann sagt, dass er halt absolut vollen, freien Blick aufs Lager haben und es da auch keine Möglichkeit gibt, sich groß wirklich zu verstecken, was man ja auch im Schlussgefecht sieht, wenn sie da verstreut sind und nirgendwo rauskommen. Kann ich, glaube ich, würde ich auch aus der Dusche rausschließen. Ja. Ja, dann kommen wir doch zum Fazit, oder ist noch irgendwas, was dir... Ich hätte vielleicht nur noch mal kurz so, so eine kleine Trivia, die ich ganz, ganz nett fand. Das ist irgendwie so ein, so ein Film der, der Söhne. Ne, du hast Scott Eastwood, äh, Vater Clint Eastwood, dann Milo Gibson, wo der Vater Mel Gibson ist, dann der Will Attenborough, der hat auch einen, ein Vater, der ist Theaterregisseur, Michael Attenborough und sein Opa ist dieser Richard Attenborough, die haben auch relativ viel gemacht und der Sohn von Mick Jagger spielt auch noch mit, James Jagger. Ja, also viele berühmte Söhne sozusagen mit drin, aber sonst habe ich nichts weiter mehr. Nein, nein, können wir gerne zum Fazit kommen, ja. Dann schieß los. Ja, mir hat, ähm, sie Outpost wirklich sehr gut gefallen. Ich glaube auch, dass es ein Film für die Kinos ist, also den würde ich gerne auch noch mal auf großer Leinwand sehen, also der hat mir, der hat ein paar sehr impulsante und beeindruckende Bilder. Gerade die letzte Hälfte, wo diese Schlusskampfszenen, sag ich mal, da sind, das hat schon so leichte Blackhawk-Down-Vibes und so und generell fand ich den Film stark besetzt, hat eine wirklich gute Geschichte oder eine gute Erzählweise so und fast keine Schwächen irgendwie, also, ja, höchstens halt wirklich, so wie du auch gesagt hast, Scott Eastwood, wobei er mich ein bisschen mehr, mir ein bisschen mehr imponiert hat als dir dann wahrscheinlich, aber grundsätzlich muss ich sagen, hat mir der Film wirklich sehr gut gefallen, ja. Okay, dann nehmen wir Medal of Honors, weil die sind ja auch alle hochdekoriert worden. Ja. Von 0 bis 5? Von 0 bis 5, dann würde ich ihm tatsächlich 4 von 5 Medal of Honors geben, ja. Oh ja, das ist ja gut. Ja, mir geht's im Endeffekt genau wie dir, bis auf die kleinen Kritikpunkte, wie gesagt, dass es zu viele Charaktere sind, dass man schnell den Überblick verliert. Ansonsten würde ich auch sagen, ich würde den auch gerne im Kino sehen, einfach auch wegen dem Sound, weil ich denke, dass so gerade am Ende rumst es nämlich richtig ordentlich. Und ich denke, auch die bedrückende Stimmung und dieses immer auf Alarm zu sein, kommt im Kino, denke ich, auch ein bisschen besser rüber. Ja. Und auch ich gebe 4 von 5 Medal of Honors. Es ist wirklich seit langem auch mal wieder ein guter Kriegsfilm. Ich tue mir schwer mit diesem Antikriegsfilm kategorisieren. Aber gut, es ist was anderes. Ja, mit Black Hawk Down, ja, das ist halt schon, das ist halt schon top. Aber er hat schon ein paar Reibs, hat er schon. Ja, ja, der kommt schon ran. Der kommt gut, der kommt gut. Ja, also, wenn ihr die Chance habt, geht ins Kino. Wenn ihr mal wieder etwas Action und Spannung haben wollt, definitiv ansehen. Gut, dann von mir wär's das. Hast du noch was? Marco oder auch fertig? Nein. Okay. Alles gut. Dann, vielen Dank. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Binti, einem belgischen Familienfilm aus dem Jahre 2019. Mein Name ist Paul und ich bin heute ganz alleine. Bebel Tsihani Baloi und Mo Bakar. Dieser Film erzählt die Geschichte der beiden Hauptfiguren Binti und Elias. Binti und ihr Vater, die stammen beide aus dem Kongo, die leben schon seit einiger Zeit ohne legale Papiere in Belgien. Bei einer Razzia durch die Polizei müssen die beiden fliehen und treffen dann unter Umständen auf den jungen Elias, der allein mit seiner Mutter in einem schönen kleinen Häuschen lebt und ihr zurückhaltend ist. Binti beginnt sich mit Elias anzufreunden und seinem, ja, mehr oder weniger erfolgreichen Okapi-Schutzverein beizutreten, verfolgt aber im Hinterkopf eigene Pläne. Denn wenn es gelingen würde, dass sich ihr Vater und Elias, alleinerziehende Mutter, irgendwie ineinander verlieben würden, ja, dann würden sie vielleicht die Papiere erhalten und in Belgien bleiben können. Ja, darauf entspinnt sich das Abenteuer dieser doch sehr ungleichen Charaktere, denn wir haben auf der einen Seite den eher schüchternen Elias und auf der anderen Seite die sehr temperamentvolle Binti und, ja, man vereint da ganz viele Dinge in dieser Handlung. Natürlich geht es augenscheinlich um das Thema Flucht und Vertreibung, ein Thema, das aktuell nicht sein könnte und das man zwar jetzt schon das ein oder andere Mal irgendwie hat verarbeitet gesehen, das aber gerade auch hier nochmal einem jüngeren Publikum zugänglich gemacht wird. So wird der Weg von Binti und ihrem Vater immer wieder gezeigt, wie sie versuchen, in Belgien so zurechtzukommen oder wie sie auch an der einen oder anderen Stelle Ablehnung erfahren und so weiter. Das Ganze ist nicht immer tiefgründig und gerade auch am Ende noch mit reichlich kitsch bzw. reichlich überzogen dargestellt, aber von der Grundthematik regt es erstmal zum Nachdenken an. Ein weiteres Thema, was einen großen Teil des Films einnimmt, ist Social Media. Denn die titelgebende Hauptfigur, die hat ihr großes Vorbild, die berühmte Vloggerin Tatjana. Und ja, sie ist eine große Influencerin, wie man so schön sagt, mit vielen Followern und das hätte Binti auch gerne. Und sie hat auch ihren eigenen YouTube-Channel. Ich glaube, es war ein YouTube-Channel oder irgendein Channel, wo man eben Videos posten kann. Und dann versucht sie dann auch im Zusammenspiel mit Elias Videos zum Beispiel über Okapis zu veröffentlichen, wissenswerte Videos über Okapis. Denn diese Tiere liegen dem Jungen sehr am Herzen. Und das Besondere daran, aus meinen Augen ist, dass Social Media hier nicht wie oft als entweder Gefahr für das Selbstbild oder als Ausgangspunkt für Mobbing oder so genutzt wird, sondern diese Art und Weise tatsächlich mal was Positives etabliert. Also, man kann zum Beispiel durch Social Media auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. Sicherlich ist es immer gut, wenn man das Thema Social Media gerade auch unter dem Gesichtspunkt, ich sag mal, Verantwortung oder wie verhält man sich auf Social Media, wenn man das unter einem kritischen Aspekt betrachtet. Aber ich fand es hier auch ein Stück weit erfrischend, das mal aus einem anderen Ansatz zu sehen. Ansonsten geht es dann eher noch so um allgemeinere Themen, wie man sie häufig in solchen Filmen findet, Freundschaft, ein bisschen um Liebe und so weiter. Ja, das Ganze alles locker erzählen in den knapp 90 Minuten wird es nicht wirklich langweilig. Und auch nicht für ein etwas älteres Publikum, denn es gibt auch immer wieder kleine Metaphern oder Allegorien, die man sich dann aus diesem Film rausziehen kann und man für sich selbst übersetzen kann und dann eben auch, ja, vielleicht etwas nachdenken oder selbst reflektieren kann über eine seichte Unterhaltung hinaus. Die Schauspieler und Charaktere, die wirken allesamt sympathisch, zumindest habe ich sie sympathisch und gut in Erinnerung. Es gibt keinen klassischen Bösewicht, was auch zu begrüßen ist. Nur so ein paar Leute, die so eben ein paar Dinge erschweren, damit es die Hauptcharaktere nicht ganz so einfach haben. Aber sie wirken für mich jetzt nicht überragend. Wie gesagt, der Film ist schon eine Weile her. Am ehesten ist mir dann noch die Hauptdarstellerin in Erinnerung geblieben, die das Ganze hier mit viel Power und Energie macht. Im Gegenteil ist mir dann aber niemand negativ aufgefallen. Die Inszenierung des Films, die ist recht einfach gehalten. Man arbeitet mit moderner Musik oder hin und wieder mit dem flotten Schnitt. Und man bringt auch viel Humor mit rein, der jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht immer funktioniert. Aber gerade auch für diejenigen, die vielleicht in ihrer Kindheit schon mal probiert haben, so kleine Videos aufzunehmen oder selbst YouTube-Stars mit Sketchen oder so werden wollten, dem dürften die Drehversuche der beiden Hauptcharaktere vielleicht das, ja, ein oder andere Schmunzeln entlocken. Innerhalb des Genres als Familienfilm, der ist, glaube ich, ab sechs Jahren freigegeben. Ich würde vielleicht noch so sagen, ab eher so acht bis zehn Jahre, finde ich ihn gelungen. Er ist kein ernstes Flüchtlingsdrama. Er vereinfacht sicherlich auch viele Dinge. Und er steuert eben auf ein klassisches Happy End zu. Aber das ist nun mal so im Großteil dem Genre geschuldet. Das schmälert den Unterhaltungswert des Films nicht wirklich, es sei denn, man geht mit falschen oder mit anderen Erwartungen heran. Ich denke, jeder, der da mal einen kurzen Blick auf den Trailer wirft, der bekommt so ganz guten Ersteindruck. Auch wenn, den Trailer habe ich mir noch mal angeguckt, der jetzt so, ja, schon ein bisschen fast chaotisch wirkt. Der Film, der lässt sich da noch mal ein kleines bisschen mehr Zeit. Es ist ein solider, ja, eigentlich ein guter Familienfilm mit Drama, mit Coming of Age, wohl viel, aber auch ein paar ernste Momenten mit der ein oder anderen transportierten, schön transportierten Botschaft. Und ja, allein die Tatsache, dass er mir, in den Bereichen zumindest, die ich angesprochen habe, doch noch so gut in Erinnerung ist, ohne ihn jetzt vorher noch mal gesehen zu haben, spricht, denke ich, schon mal für diesen Film. Von mir bekommt er drei bis dreieinhalb von fünf Okapi-Club-Ansteckern. Vielleicht hat der ein oder andere von euch Zuhörern ja die Möglichkeit, mit diesem Film, entweder allein oder mit der Familie, ein Kino zu unterstützen, in dem er läuft. Aus meinen Augen zumindest keine verschwendeten 90 Minuten. Und ja, damit bin ich am Ende dieses kleinen Solos. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wünsche euch noch viel Spaß mit weiteren Besprechungen. Klickt euch gerne beim Tele-Stamm-Tisch durch. Zuletzt haben wir fünf Special-Ausgaben zum Fantasy-Filmfest gemacht. Ja, und jede Woche kommen neue Ausgaben zum Neuesten von Neuesten aus Kino- und Streaming-Landschaft. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tele-Stamm-Tischs. Heute mit René. Hey. Und Sven. Hallo. Wir reden über Mysterious Skin, einen Film von 2004 mit einer Laufzeit von 107 Minuten. Regie führte Greg Araki. Die Darsteller wären Joseph Gordon-Lewitt, Brad Corbett und Bill Sage und natürlich viele andere. Es ist eine Romanverfilmung. Der Roman stammt von Scott Heim. Um was es geht, wird euch der René erzählen. Ja, es geht um die beiden achtjährigen Jungs Brian und Neil. Die beiden sind Teamkollegen in dem örtlichen Baseball-Team. Und irgendwann wird Brian mit einem Blackout und einer blutenden Nase aufgefunden. Beziehungsweise nach einem Blackout. Ja, er weiß nicht so ganz, was da passiert ist und seine Eltern entschließen sich, ihn irgendwann dann natürlich aus dem Team rauszunehmen, weil sie glauben, dass es damit zu tun hat. Neil hingegen bleibt weiter im Team, weil er eine Vorliebe für seinen Coach entwickelt hat, der pädophil ist. Und was man sich jetzt natürlich denken kann, der pädophile Coach nutzt die Vorliebe oder die Zuneigung seines Starspielers, wie er ihn so gerne nennt, natürlich aus und verändert damit das Leben von Neil und auch von Brian maßgeblich. Einige Jahre später, der Film besitzt einen Zeitsprung, lernen wir die beiden in ihrem Teenager-Alter kennen. Während Brian, ja, so ein zurückgezogener Eigenbrötler ist und fest davon überzeugt ist, dass seine Blackouts, die er in seiner frühen Kindheit hatte, von einer Alien-Entführung zurückzuführen sind, ist Neil das komplette Gegenteil. Er ist nämlich der örtliche schwule Stricher geworden. Und ja, irgendwann merken beide, dass sie tatsächlich, ja, dass ihre Schicksale miteinander verbunden sind. Und der Weg dahin ist, ja, alles andere als leicht. Das klingt nach einem harten Thema, harter Stoff. Okay, dann fangen wir mal an. Wie sieht es aus mit den schauspielerischen Leistungen? Weil ich meine, gerade so ein Film, der ja auch da davon lebt, der braucht halt auch eine entsprechende Performance. Ist er vorhanden oder eher nicht? Ja, man muss jetzt natürlich bedenken, der Film ist von 2004 und Gordon-Lewitt war da gerade, ja, mit am Anfang seiner Karriere. Und ich muss auch zugeben, bis kurz bevor ich den Film gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass der Film existiert. War aber dann doch relativ überrascht, mit was für einer Rolle er quasi in seine, ja, doch erfolgreiche schauspielerische Laufbahn gestartet ist. Beziehungsweise mehr oder weniger gestartet ist. Ich finde auf jeden Fall, dass Gordon-Lewitt seine Rolle extrem gut und authentisch gespielt hat. Also ich habe ihm seine Rolle auf jeden Fall über den kompletten Film, ja, relativ, ja, doch sehr gut abgekauft. Und ich glaube auch, dass, ja, dass er sich vielleicht in die Rolle irgendwie auf irgendeine gewisse Art und Weise einen, ja, in die Rolle hineinversetzen konnte. Also es ist, wie du schon sagst, bestimmt nicht einfach, so eine, ja, doch sehr dramatische Rolle zu spielen. Aber man hat eigentlich zu keinster Zeit die Vermutung, dass er jetzt nicht irgendwie, dass er es nicht, dass er keinen Bock darauf hat. Also ich glaube, er wusste auch damals in seinem da relativ jungen Alter, was für eine, was für eine Ernsthaftigkeit diese Rolle mit sich bringt. Und das merkt man auf jeden Fall im Film. Ähm, die anderen Darsteller, ich, mir ist gerade entfallen, wie der Darsteller von, von Brian heißt, das ist Brady Corbett, wenn ich jetzt richtig sehe. Ja, das ist der Brad Corbett, ja. Genau, der, äh, bringt seine Rolle auch sehr authentisch rüber. Also er ist, wie gesagt, dieser, ja, dieser Eigenbrötler, der da total auf seinem Trip ist, dass das alles durch eine Alien-Führung passiert ist. Ähm, man muss jetzt auch dazu sagen, das haben wir eben nicht angesprochen, der Film spielt in den 80ern, äh, beziehungsweise Ende der 80er, Anfang der 90er. Da war das Internet ja auch noch nicht so verbreitet. Das merkt man in einer Szene ganz deutlich, als der Junge sich gefreut hat, dass da gleich so eine, ja, so eine Alien-Doku im Fernsehen kommt. Und er auch den Videorekorder mit, äh, hat mitlaufen lassen und alles. Also der Zeitgeist ist auf jeden Fall gegeben und auch authentisch. Und, ja, in seiner Darstellung des Teenager-Briens merkt man auf jeden Fall, dass er da durchaus, ja, gut gecastet wurde. Weil diesen, ja, ich will ihn jetzt nicht Nerd nennen, aber diesen, ja, schwierig, schwierig ihn zu beschreiben. Seine Rolle bringt er auf jeden Fall sehr authentisch rüber. Das, da gibt's für mich keinen Zweifel. Und auch die Darstellung des Coaches von Bill Sage. Also, ich finde, er hat ihn sehr stark gespielt, aber im Kontext der Story auch sehr erschreckend. Und die anderen Darsteller, ja, die agieren auf jeden Fall auf einem glaubwürdigen und soliden Niveau. Na ja, gut, wenn sie es, wenn sie es ja glaubwürdig rüberbringen, ist ja die, ist ja schon eigentlich die halbe Miete sozusagen. Ja. Ähm, gut, ja, äh, ist eine Romanverfilmung. Da du den Film, ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, jetzt erst entdeckt hast, wirst du wahrscheinlich das Buch nicht gelesen haben. Nein. Okay, gut, FSK 18, was erwartet die Zuschauer? Ist es dann so, dass die Jungs amok laufen oder gibt es da einfach nur eine höhere FSK aufgrund der doch sehr brisanten Thematik? Also, im Kern würde ich sagen, die Freigabe geht schon in Ordnung, weil es natürlich auch um, ja, die sexuelle Missgunst und ein wirklich ernstes Thema mit Kindern geht. Und die ersten, ja, gut 20 bis 30 Minuten lernt man halt die, ja, die wortwörtlichen Kids kennen mit dem, mit ihren Erlebnissen, mit dem Coach und allem. Ähm, das ist sicherlich nichts für, für jedermann. Also, es ist schon sehr intensiv, die Darstellung. Ähm, das finde ich aber tatsächlich auch gut. Nicht, dass ich das Thema jetzt gut heiße, aber ich finde, es bringt die, die Message des Films, bringt es einfach besser rüber, wenn man da schonungslos dran geht, anstatt das irgendwie, ja, zu, zu, ich weiß nicht, zu verweichlichen oder so, um vielleicht eine niedrigere Freigabe zu bekommen. Was Gewalt gerade angeht, ist der Film eigentlich, ja, mit Anführungszeichen natürlich relativ zahm. Ähm, wo man sich natürlich im Vorfeld aber darüber bewusst sein muss, ist, dass der Film, ja, doch relativ explizit in seiner Darstellung ist. Also, wie gesagt, Neil ist ein Stricher und das merkt man im Film einfach in, ja, gefühlt jeder zweiten Szene. Er hat einfach in seiner Kindheit so einen deutlichen Knacks erlitten, dass er irgendwann einfach, ja, er denkt da nicht viel drüber nach, was er macht, er macht es einfach und natürlich kommt er irgendwann in seinem, ja, Verlauf der Story oder in seinem Verlauf des Lebens auch mal an die falschen, ähm, Geschlechtspartner. Ja, und ich denke mal, der Film hätte ohne eine bestimmte Szene sogar eine FSK 16 bekommen. Allerdings gibt es eine Szene, und ich möchte da jetzt nicht zu viel vorneweg nehmen, aber es gibt schon eine relativ explizite Vergewaltigung. Und ich denke mal, dass aufgrund des brisanten Themas mit der Pädophilie und dann eben dieser Szenerie, dieser FSK 18 zustande gekommen ist. Und wie bereits gesagt, aus meiner Sicht geht die völlig in Ordnung. Okay. Was hat dich dazu bewogen, gerade so einen Film mit so einer Thematik? Weil ich meine, sowas sucht man sich ja nicht einfach nur aus Spaß am Film aus. Ich meine, gab es da irgendwas, was dich speziell daran interessiert hat? Oder der hat ja wirklich sehr, sehr gute Kritiken eingefahren damals. War es das, was so der Auslöser war, dass du gesagt hast, oh Gott, jetzt gucke ich mir halt mal, oder jetzt gucke ich mir den mal an? Oder war es einfach ein Glücksgriff? Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich bereue es auf jeden Fall nicht, den Film geguckt zu haben. Auch, wie gesagt, durch diese brisante Thematik. Ich finde ganz im Gegenteil, das ist eine Thematik, die leider immer noch und höchstwahrscheinlich, sie wird es immer sein, brisant und allgegenwärtig sein wird. Und ich finde, das ist durchaus ein Film, den man irgendwie, ja, ab einer gewissen Schulklasse könnte man ihn in den Unterricht einfließen lassen. Weil, auch wenn der Film natürlich eine FSK-18-Freigabe bekommen hat, die absolut gerechtfertig ist, ich finde, der Film öffnet teilweise auch Augen. Also eher so eine aufklärende Funktion, meinst du? Ja, es ist schwierig, das zu definieren. Ich finde, er bietet natürlich eine Story. Das ist ganz klar. Aber er bietet darüber hinaus einfach auch so einen tieferen Einblick in diese Thematik. Das ist ja tatsächlich eine Thematik, die oft ja ein bisschen, ja, sie wird gern mal unter den Tisch gekehrt, habe ich das Gefühl. Und ich finde da, im Film wird einfach sehr drastisch und dramatisch deutlich, was solche, auch wenn es nur kleine Geschehnisse sind, sage ich mal, auch wenn es nur kleine Geschehnisse sind in der jungen Kindheit von Kids oder Teenagern, die gerade in der Entwicklung stecken, was das mit den Kindern machen kann. Und das führt einfach so weit, dass, ja, das ganze Leben vielleicht schon zerstört worden ist, aufgrund von einem Typen, der, der, ja, durchdreht, sage ich mal. Und ich finde, das bringt der Film auf jeden Fall sehr glaubhaft rüber. Und, ja, ich fand es einfach interessant, mal einen Film in die Richtung zu sehen, weil das ist jetzt, ja, es ist ein Thema, das nicht wirklich oft Anklang findet in der Filmlandschaft, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Also es gibt schon ein paar, aber gut, ich habe ihn jetzt auch nicht gesehen. So direkt, da würden schon ein, zwei einfallen, aber es ist schon sehr rar gesät mit diesem Thema. Das ist halt auch was, was, glaube ich, wenig im Kino gucken, einfach, weil es einfach auch keinen, ja, keinen Feel-Good-Bonus hat. Da gibt es wahrscheinlich selten ein Happy End. Und, ja, gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest? Ähm, ja, ich würde den Film auf jeden Fall Leuten empfehlen, die vielleicht mit diesen, ja, drastischen Dramen und diesen wirklich tiefgehenden psychischen Sachen schon ein bisschen Erfahrung haben, weil ich glaube, wer jetzt, ja, wer sich nicht so im Klaren ist, auf was er sich da einlässt, der könnte vielleicht doch ein bisschen verstört werden. Ich hoffe, die Hörer wissen, in welche Richtung ich das meine. Es ist schwierig, über den Film zu reden, tatsächlich. Man möchte nicht viel spoilern. Ich finde tatsächlich die Story zum Ende hin relativ, ja, unter diesen angesprochenen Anführungszeichen relativ schön, weil die beiden Charaktere, Brian und Neil, halt, ja, so in gewisser Weise zueinander finden und zusammen versuchen, ihre Geschehnisse zu verarbeiten. Und der Film bietet tatsächlich ein paar Twists. Also, er hat so ein paar Story-Stränge, die am Ende halt ineinander zusammenfließen, die man in dieser Form vielleicht nicht erwarten würde am Anfang des Films. Und wie bereits gesagt, der Film bietet, ja, relativ interessante Einblicke in diese Szenerie und das ganze Thema. Und ich finde es einfach erschreckend, mit was für einer, ja, mit was für einer, wie soll ich sagen, Zielstrebigkeit, so Leute wie jetzt dieser Coach eben von Bill Sage gespielt, was für eine Zielstrebigkeit sie an den Tag legen, um halt zu ihrem Ziel zu kommen. Also, wenn der Coach Neil mit nach Hause nimmt und der dann einfach dieses Ultra-Kinder-Paradies zu Hause hat mit Flippern, mit den damals neuesten Spielekonsolen, den coolsten Filmen auf VHS und einfach allen Süßigkeiten, die man sich als Kind niemals hätte erträumen lassen, da, ja, da muss man nur einen Blick in die Wohnung werfen, um zu wissen, was gleich ab, was gleich zur Sache geht. Und das ist, im Kern ist es das Paradies für jedes Kind, aber im Kontext ist es einfach erschreckend zu sehen. Und, ja, deswegen, ich würde den Film nicht uneingeschränkt jedem empfehlen. Also, da muss man schon ein bisschen abgehärtet sein, würde ich behaupten. Bevor ich zum Fazit komme, würde ich tatsächlich noch den Blu-ray-Release ansprechen. Der Film kam nämlich jetzt zum ersten Mal als Blu-ray raus von Camera Obscura. Und die haben den direkt als Mediabook veröffentlicht, mit einem relativ schönen Glanzeffekt auf dem Cover. Aber das Mediabook ist in, ja, so ein Blau-Lila gehalten, finde ich eigentlich relativ ansprechend von der Optik. Das Booklet selbst fand ich auch relativ interessant. Da wird vor allem darauf eingegangen, wie halt Greg Araki, dass er tatsächlich teilweise einen schweren Stand in seiner Fanbase hatte. Er gilt als, ja, Mitbegründer des New Career Cinemas. Und wie es dann so häufig ist, hat man ihm vorgeworfen, dass er das so ein bisschen verraten hat. Aber mit Mysterious Skin hat er sich dann relativ wieder ganz gut zurückgekämpft. Der Film gilt mittlerweile auch als, ja, überzeugendes Kunstwerk, lese ich oft. Oder als engagiertes Jugenddrama. Das trifft es auf jeden Fall sehr gut. Und ich finde, das Mediabook wird dem Film auf jeden Fall gerecht. Also der Teil zum Lesen ist sehr interessant. Es gibt auch schöne Einblicke über den Film selbst, über die Entstehung. Und neben der Blu-Ray, die tatsächlich ein relativ klares Bild mit sich bringt, gibt es noch eine Bonus-Disc. Da sind nochmal, also eine Bonus-DVD. Da sind nochmal einige weitere Bonus-Inhalte drauf. Über den Film, über ein Making-of. Auf ein Audio-Kommentar von Greg Araki und viel mehr. Und ich glaube, der Film ist zu haben für einen relativ humanen Preis im Mediabook-Segment. Also das ist auf jeden Fall was, was man sich getrost ins Regal stellen kann. Natürlich, wenn man auf so Filme abfährt, ist jetzt das falsche Wort. Ihr wisst, was ich meine. Wie viele Daumen oder Sterne würdest du dem guten Meisterwerk geben? Ich würde irgendwas zwischen 4 und 4,5 von 5 geben. Okay. Ich finde es ein bisschen schwierig, mich da festzulegen. Einfach auch aufgrund der doch sehr ernsten Thematik. Aber ich finde, der Film ist auf seine Laufzeit von 107 Minuten relativ kurzweilig geraten. Das heißt, es entsteht zu keinster Weise irgendwie Leerlauf oder Langeweile. Ich finde, sowohl die Kinderdarsteller als auch die Darsteller der Teens machen einen extrem guten Job. Ich finde, gerade auf Seiten der Kinderdarsteller ist es sehr, sehr schwierig, so eine Rolle zu spielen. Vor allem muss man den Kids ja auch irgendwie einen Kontext geben, in was für einem Film sie da gerade mitspielen. Und von der Seite her finde ich auf jeden Fall Chapeau an die Darsteller. Aber auch, wie gesagt, die Teens und die Erwachsenen machen einen guten Job. Ich finde den Soundtrack und den Score des Films relativ passend. Also, es ist so ein leicht elektronischer, leicht smoother Klang, der einem da um die Ohren gepeitscht wird. Niemals zu laut, aber auch niemals zu leise. Also, immer sehr homogen mit der Szenerie. Und insgesamt finde ich das Storytelling auch sehr clever. Also, man kriegt teilweise Rückblicke, gerade im Charakterverlauf von Brian, wegen seinen Blackouts und allem. Ich finde den Ansatz mit den Aliens relativ interessant. Da merkt man auch nochmal, was sowas alles anrichten kann in so einem, ja doch, jungen Kind oder auch später im Erwachsenenalter. Und ich finde auf jeden Fall, dass es ein Film ist, der in den letzten Jahren scheinbar zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Sonst hätte ich vielleicht schon vorher mal von dem Film gehört und nicht jetzt erst durch den Blu-Ray-Release. Ich finde auf jeden Fall, dass es ein Film ist, den man durchaus weiterempfehlen kann. Der, wie auch vorhin schon angesprochen, gerne mal im Unterricht gezeigt werden kann. Und dann einfach auch als aufklärender Film. Und ich finde als Film, als solches, geht der in eine ähnliche Richtung wie Requiem for a Dream. Der sich ja wohlgemerkt um Drogenkonsum richtet. Aber so vom Aufbau her, finde ich, geht der Film in eine relativ ähnliche Richtung. Und wer Filme wie eben Requiem for a Dream mag oder für sehenswert beachtet, der kann hier auf jeden Fall getrost zugreifen. Ich habe es nicht bereut, den Film zu gucken. Und ja, wie gesagt, wer dem Genre nicht ganz fremd ist, dem kann ich den auf jeden Fall weiterempfehlen. Ansonsten guckt euch auf jeden Fall erstmal den Trailer an, um vielleicht herauszufinden, ob das was für euch ist. Ob ich den Film nochmal gucken würde, schwer zu sagen, in einigen Jahren vielleicht. Das ist aber thematisch halt durchaus harter Tobak. Also das ist jetzt nichts, was man mal nebenbei guckt. Das glaube ich. Na dann wunderbar, eine absolute Empfehlung. Gut, dann überlasse ich dir auch noch das letzte Wort, du hast eh am meisten gesprochen. Ist das so? Ja, das ist. Ja, dann bedanken wir uns doch einfach bei den Hörern. Ja. Und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.